Mein Name ist David Lilleck, ich komme eigentlich ursprünglich aus der Steiermark, arbeite in Tulln. Meine Frau, die Anna, arbeite im Qualitätsmanagement bei Roma Labs. Wir sind immer schon gerne hergefahren zum Wandern. Von dem her haben wir die Gegend auch schon gekannt und wir haben es auch schon eigentlich recht lieb gewonnen. Für uns als Jungfamilie mit unseren begrenzten finanziellen Mitteln war natürlich ganz entscheidend, zum schauen, wo finde ich ein Mittelmaß aus super öffentlicher Anbindung, Freizeitaktivitäten, Nahversorger, Ärzte, was auch immer, dass ich einfach gut infrastrukturell versorgt bin. Mit dem Haus kommt ein Gartner und mit dem Gartner auch ein Arbeit, aber mittlerweile macht es schon Spaß und die Früchte des Erfolgs kann man schon langsamer ernten und sogar Essen mittlerweile, also von dem her wird es was. Ich bin die Anna, ich bin der David und wir wohnen gerne in Weinburg. Von dem Wir cosa trabajando. Zurich untertürte ich noch runter. Zurich untertürte ich mich. Aufnahmen! Bis zum nächsten Mal.